Ich gehe jetzt in den Park. Ich bin im Park. Auf dem Weg liegen viele Kastanien. Sie sind von den Bäumen auf den Weg gefallen. Ich stelle mich nicht unter die Bäume, denn unter den Bäumen können mir Kastanien auf den Kopf fallen. Das wäre nicht so gut. Jetzt regnet es, deshalb stelle ich mich unter einen Baum. Das heißt, jetzt stehe ich unter einem Baum. Ich stelle mich jetzt zwischen die beiden Teiche. Wir haben hier zwei Teiche. Ich stehe zwischen den beiden Teichen. In den Teichen ist kein Wasser mehr. Im Frühjahr macht man wieder Wasser in die Teiche. Da ist ein Schild. Ich stelle mich jetzt neben das Schild. Ich stehe neben dem Schild. Dort ist eine Bank. Ich setze mich jetzt auf die Bank. Ich sitze auf der Bank.